Ich heisse Guido Sutter. Ich habe eine Tausender-Note mitgenommen. Das ist für mich ein Symbol für die reichen Migrantinnen und Migranten, die wir im Kanton Zug und in Walchwil, wo ich wohne. Dank der Steuern, die diese bezahlt, konnten wir letzte Woche am Samstag einen schönen Spielplatz einweihen. Die Bücher habe ich mitgenommen, weil ich in einer grossen Bibliothek arbeite. Dort haben wir Kolleginnen aus ganz verschiedenen Nationen und wir haben die Tradition, dass man nach den Ferien etwas mitbringt und das freut mich immer, wenn es nicht nur immer Schweizer Schocci dort hat. Als Kind musste man vor unserem Haus ein Loch ausheben, das hat ein türkischer Arbeiter gemacht. Ich habe dem am Mittag ein paar Mal einen Kaffee rausgebracht und der hat sehr Freude daran gehabt. Als Gegenleistung hat er mir einen Zaubertrick gezeigt und den möchte ich kurz vorführen. Wir machen hier einen Schlick um diese Flasche herum und man kann den so locker lösen. Dieser Zaubertrick steht für mich symbolisch ein wenig für das Zauberhafte und für das Problematische, was wir im Zusammenhang mit der Migration haben.